und gleich geht das hier. Konfig, Tools, Pal-Emulation ist alles richtig und ich begrüsse euch zu einem genialen Spiel New Ghostbusters 2. Ich sag nur, who you gonna call? Es ist das 1, 2, insgesamt dritte Spiel zum Film. Die ersten zwei Spiele zum Film waren Sidescrawling und das hier ist besonders. Ich habe es vor über 15 Jahren schon für den Gameboy ausgeliehen. Es ist die NES-Version und ich denke, es eignet sich gut vom kleinen Stream und auch als letztes Test. Also nochmal herzlich Willkommen zu New Ghostbusters 2. Um was es geht, zeige ich euch jetzt. Wir spielen einen von den vier bekannten Ghostbusters. Peter Wankman, Weiss, ich glaube ich, Egon Spengler und Winston Churchill, nein, Winston Seddemore. Ich weiß nicht, ob ich alle richtig anrufe. Es spielt keine Rolle, wen man nimmt. Aber man sollte einen... Ja, Louis kann man auch nehmen. Aber den nehme ich jetzt nicht. Ich nehme Peter Wankman mit Unterstützung von Ray. Okay. Entschuldigung. Ich habe mich auch ein bisschen verschlucken gerade. Und um was geht es? Man muss Geister eins haben. Wieso ist man zu zweit? Nein, es ist keine billige Kopie von Ice Climbers. Mit dem einen Strahl... Also mit dem einen Knopf, also NES, man hat zwei Knöpfe aus dem Steuerkreuz. Mit dem einen Knopf paralysiert man die Geister mit dem anderen und fängt man sie ein. So. Das geht so. Bang. So. Läuft, oder? Ich finde das Spiel ist genial. Und es hat extremes Suchtpotenzial. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich kenne es. Ich habe es jetzt kurz als Ersatz für Fallout Shelter gedownloadet für den Emulator. Und ja, es macht Spass. Ich bin ein Slimer hier. Es ist natürlich nichts, wenn ich so mache und er macht so. Ja, man muss ihn paralysieren. Man muss den Geist paralysieren. So, dann gibt es hier jetzt Sprinter. Ah, scheiße. Das war blöd. Ja. Unendlich kann man es natürlich nicht machen. Nein. So. Jetzt ist es hier. Ah, das ist Zeit. Das ist Zeit. Man muss auch nach rechts. Yo. Okay. Danke. 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 Mann kommt doch. Ach, ach so. Ich glaube, hier muss man jeden separat aufwischen. Okay. Das ist hier noch besser, als ich die. Das ist ein geniales Spiel. Ich mache das so gerne. Hallo. Oh. Geredet. Gut. Wir können uns jetzt zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Also wirklich, man kann hier nehmen, wen man will, es sind alle Spielfiguren eigentlich gleich zu spielen, muss man ganz krass sagen, so geht es jetzt hier nach, ja es geht nach rechts, äh links, links oder nach rechts, es ist zu ruhig, es ist viel zu ruhig hier, das ist nicht gut, das fällt mir auch nicht, ja aber Ness Remix ist was anderes, aber ich kann es ja mal machen, aber ich denke ich habe im Moment eh genug Projekte am Lauf, dass ich nicht noch extern, Ness Remix, wobei, Sorgenspiele sind ganz sicher nicht in Ness Remix vorhanden, das weiss ich, aber es ist eine gute Idee, Ach, jetzt gehts nach oben, Slimer, Tag, 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 Tag,, oh, ah, schwebt noch, ups, kein Kentensägenfüßig, das hat mir noch gefehlt, Ah, ich muss nach links, okay. Gut, ehrlich gesagt, eigentlich ist der Spielspaß jetzt schon ein wenig gedämpft, weil viel mehr... Ja, es gibt, es kommt schon viel mehr, aber manche können jetzt sagen, man hat es jetzt ein bisschen gesehen, also, ich habe das Spiel noch nie wirklich lang gespielt, aber es macht Spass, ich kann versichern, es macht Spass. Ja, aber ich habe nur Erfahrung gemerkt, dass die Streams in letzter Zeit bei mir nicht so laufen, deshalb bleibe ich sie zur Sicherheit noch nicht, dass ich hier eine Stunde nur für mich oder... Also, jetzt natürlich nicht, jetzt natürlich nicht, jetzt ist natürlich was anderes, aber auch schon habe ich hier eine Stunde lang gedacht und, ja, hat niemand gesehen, also, so hätte es dann... Dann muss ich jetzt auch was aufnehmen, aber jetzt ist es natürlich was anderes, anscheinend haben jetzt alle genug Pochmann gejagt. Ah, scheiße! Hab ich noch einen Versuch? Ja! Slimer, komm her! Ah, es ist doch so, dass das hier sich... Ah, ich habe doch gedrückt! Ah, okay, Game Over. Kann ich noch einmal? Ja! Mann, ich bin doch ausgewicht! Ja, ich streame! Stack! Ja, Slimer! Oh, mehr! Ich bin schon ein langes Ghostbusters das Videogame weitermachen, aber bei Steam funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr im Moment. Was schmeißen Sie denn hier? Alter, es spinnt hier! Hier, wenn ich mich was werfen, ich mich brab fahren! Oh! 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 Oh, oh! So, oh! Und jetzt haben wir es noch! Ihr nehmt es langsam überhand. Jetzt kommt der Boss. Eine berühmte Szene aus dem Film. Nicht zu fangen, oder? Nein, das bin ich nicht. Dann heisst es nur, ausweichen. Achso! Dahinter muss ich fangen. Nein, ich komm nicht. Oh oh! Verdammt! Komm doch her! Ah! Jetzt aber! Adesander versteinert, oder was? Wieder gar nicht! Geht doch! Oh Gott! Bin ich jetzt erschrocken. Na komm her! Na komm her! Ja! Ah, er muss jetzt zuerst. Geschwächt sein. Puh! Das war eine Nummer. Okay, ich habe nicht gerade so viel. Aber ich habe ein Leben dazu bekommen. Ah, wir sind in der U-Bahn! Stark! Ein Zeichen dafür, dass... Spiele auch mit weniger als zwei Knöpfen funktionieren. Oder... Ja, immer so sagen meine... Stark! Aber es macht Spass! Es macht Spass! Ich habe es schon auch nicht... Ich glaube, ich habe es auch nicht so weit gespielt. Ah! Ah! Scheisse! Ah! Nooo! Schade! Zack! Zack! Das ist... Okay, lassen wir jetzt echt viel hier. Aber eigentlich... Echt geile Intelligenz hier vom Mitspieler, dass der sich so automatisch mit bewegt. Das muss ich gar nicht mehr! Zack! So! Ha! Schneller! Schneller! Äh! Äh! Ist das jetzt wie? Ich denke mal, sie kommen nicht gleich wieder, oder? Zack! Echt? Sie kommen nicht mehr? Okay! Puh! Puh! Na? Aber im Visier! Ich auch! Wow! Alter! Ja, schön was los im Karton. Solange es keine Kettensegenfuß sind. Und die gleich neben uns wieder, oder was? Okay. Dich... 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 Dich auch... Macht echt Spaß! Macht echt Spaß, Leute! Puh! Scheisse! Den haben wir jetzt gar nicht gearbeitet! Oh, wie! Kann ich nur was er muss? Ups! Mann! Ich bin doch gar nicht auf dem Schienen gewesen! Oh Mann! Oh Mann! Ah, jetzt aber. Was? Das geht nach rechts. So, das Wohler ist... Ja. Häää! Alter! Chillt! Dann komm! So! Ich bin doch gar nicht auf dem Gleis! Das ist fies. Das ist fies. Ja, wahnsinnig aufpassen, es kann einem echten Antigurkel geben. Oh! Was ist das? Langsam wird es hier echt eng. Oh, Mann. Verdammt! Spawn doch nach einem dümmeren Ort. Das ist so unfair. Also, meine ich... Ich verspielte es unfair, sondern ich spiele einfach nur unfair. Häää! Häää! Oh, der war doch genau so. Woh, 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 woh! Oh, du... Ich krieg's hier eins. Hallo! Wer ist denn da? Ja, jetzt muss ich den suchen gehen, oder was? Oh! Wie kommen wir hier vorbei, oder? Ei! Oh, schade. Ah, die sind jetzt verschwunden. Okay. So, hier waren wir ja still. Häää! Gippieb! So, hoch, Bosse. Ja, will ich nichts Falsches machen. Ja, komm! Wo nur er? Ja, der ist klug. Woh! Ich will echt aufpassen, Leute. Kommst du bald? Du nervst. Mehr geht nicht, oder? Ja! Nein! Kann doch unfair sein. Der Axos ist schwer. Das ist noch schwer. Ich will nicht die Einze fangen. Die erwischen mich noch. Komm doch her! Komm her! So, jetzt aber! Oh! Jetzt! Okay! Ich bin immer knapper hier. Ich bleibe in Sicherheit. Komm ja eh zu mir. Und auch nicht. Ich bin immer knapper hier. Ich bin immer knapper. läuft jetzt ja ja Türi! 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 Läuft! Weiß ich. Tja, das war Game Over! Schade. So, ich möchte mal sehen, ob ich Louis doch auswählen kann. Louis mit... Winston! Ja, Farbeil hätte ja auch umgekehrt, wieso nicht? Seht ihr, ich mache genau dasselbe, es ist kein Unterschied. Gut, dann... Weil es ist ein schönes kleines Test-Video. Also, let's test! New Ghostbusters 2! Ich wollte euch das schon immer mal zeigen. Weil es einfach genial gemacht ist und... Ja! Dann sage ich, wenn es gefallen hat, Daumen hoch! Bis zum nächsten Video! Bis dann! Tschüss!